so und wir haben vier wassermühlen jetzt brauchen wir natürlich noch zinnkabel um das ganze schön zu verbinden dafür können wir keine iron plate benutzen sondern wir müssen eine platte wieder schneiden und das ganze so langsam komme ich durcheinander mit den teilen mit den sachen wieder verbinden so jetzt haben wir zinnkabel jetzt haben wir wasser jetzt fehlt ja jetzt wird nur noch wasser einmal und wrench und so weiter muss weg aber hey fällt gerade ein wir können ja die nicht hinten ran bauen weil die ja dann zu stark wären für das zinnkabel okay wir brauchen also ab hier brauchen wir kopf oder wir brauchen dazwischen noch eine bad box und die nimmt dann alles auf und gibt das dann an das kupferkabel oder wir bauen das hier oben drüber wir bauen das hier oben drüber ich habe gerade keine ahnung erstmal gehe ich das zeug wegräumen dass ich alles dabei habe was ich nicht mehr brauche wie zum beispiel das zeug da brauche ich gobble stone bräuchte ich noch wollte ich nämlich noch was schmelzen habe ich auch leider nicht mehr so viel das war wieder auf die jagd gehen nach gab es so das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht schätzt und brauche auch nicht so jetzt geht es an die geheime kunst weg 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 die geheime kunst der bauart von wassermühlen also ich wäre erst mal braucht das ding das glaube nicht gut ich wäre erst mal für einen stopp nein schön output output hallo also die laufen nicht mehr gut das geht schon so dann wird hier oben zwei abgetragen nach hinten können wir eigentlich auch bauen das wäre auch eine idee erst mal ein bisschen licht bitte so nein das brauchen wir eigentlich nicht oder das müsste ich auch noch wegtragen und das auch so das auch und das war eins zu viel egal so jetzt werden hier drauf nein hier drauf werden die wassermühlen platziert so da du kommst hier hin es ist ja super genial so und du kommst hier drauf gut das verbindet sich nicht jetzt zinnkabel haben wir auch noch ein paar schön jetzt wird das ding einfach mit zinn verbunden ja was ist eigentlich was kann man hier hin bauen das weiß ich noch nicht so ganz kann man da vielleicht äh ja egal so komm ich baue noch eine etage höher damit sich das ganze auch lohnt denn das andere wäre nicht lohnt wenn man einmal anfängt und das ganze nicht zu ende baut so äh da was ist eigentlich dieses appetite das weiß ich noch immer und ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren das ist einfach so 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 shift 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 wasser wasser so mhm ich brauche ein paar mehr zinnkabel merke ich gerade äh shift da weg du kommst da weg du kommst da weg du kommst da weg du kommst retk citizen du kommst da weg ähm ja wie am besten wird gebaut so erstmal essen es doch und dann hole ich mir erst mal die zinn kabel und dann kann das ding in betrieb gehen zinst hier so zin plate iron plate so wir haben hier den hammer das ding und rubber das wird reichen so das haben wir hallo du bleibst da das haben wir du kommst hierhin isoliert verisoliert bitte so dass kommt weg gibt mir das was ihr habt so 10 kabel 1 2 perfekt so jetzt da hallo so du kommst hierhin und der nächste einmal ja es ist jetzt natürlich genial gelöst von mir kommt hierhin und ich werde ertrinken wenn ich nicht bald irgendwie hier rauskomme so so gut ich würde sagen hier brauche ich noch etwas wasser und zwar für die zwischenlücken so und dahin und diese zwischenlücke so habe ich jetzt geschlossen nein habe ich nicht gut nein schlecht natürlich also diese zwischenlücke habe ich geschlossen komm raus mit dir 0 EUs dort gut ich glaube komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch die ist geschlossen oh ja ups die ist noch nicht geschlossen So, und hier an den Seiten ist noch nichts. Okay. Hallo. Schwimm bitte.